Es ist die Leidenschaft, die Sie jeden Morgen erwachen lässt. Denn die treibt Sie an. Eine Leidenschaft, die so stark ist, dass Sie alles dafür geben. Verbunden durch das wichtigste Urelement der Erde. Diese Leidenschaft und Verbundenheit lässt Sie eintauchen. Kraft spüren, Leidenschaft fühlen, das treibt Sie an. Vereint im Urelement Wasser bringen Sie Höchstleistung. Kämpfen voller Kraft und Einsatz bei Wettbewerben. Sie gehen immer ans Limit. Stehen stolz auf dem Siegerpodest. Sorgen für Bewegung und Spannung. Begeistern mit jeder Sekunde Menschen. Und mit jedem Sieg, den Sie erreichen, kommen Sie Ihrem Ziel näher. Es ist die Leidenschaft am Wassersport, die Sie verbindet. Begeistert spielen Sie mit der Physik des Wassers. Bleiben am Ball, um ein Champion zu werden. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Anzufangen. Was ist das Geheimnis des Erfolgs 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 des Erfol